Hey, ich bin's, euer Kalle. Ja, jetzt werden sich manche fragen, wer ist euer Kalle? Na ich, Kalle Pohl, Comedian. Ja gut, Comedian Rentner. Boah, hau bloß ab, hier. Mann hier, wie hier ist bisswarm, wie das scheiß Wasser oder 400 Stück Seife, kannst du nicht baden da drin. Ich habe angefahren in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert und während der Stummfilmzeit habe ich die ersten Filme gemacht, das war klasse, weil damals brauchte man sich nämlich keinen Text zu merken. Ja, da hast du einfach nur so gemacht und die Leute haben gelacht, wie blöd. Ich habe da unter einem Pseudonym gearbeitet, Kalle Chaplin, das ist ganz gut gelaufen damals, war nicht schlecht. Wahnsinn, mein Ferienhotel. Moment, Hausnummer? Nee, doch nicht. Was ihr da seht, das ist das Meer, das Blaue, das kennen viele vielleicht gar nicht. Da ist also Wasser. Komm, Sau, hau bloß ab. Und dann hier vor allem Steine ohne Ende, weil es eine Million Steine, kein Sand, überhaupt gar nichts. Ah, endlich mal was für ein Prospekt. Eine alte Urine. Was ihr da hört im Hintergrund, das sind, äh, da wird gegrillt. Nein, das sind Grillen. Das ist schön, so ein Naturgeräusch, das geht dann tierisch auf den Sack. Ich hätte für das Mietauto doch besser was mehr ausgegeben. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, halt bloß die Fresse, scheiß Navi. Das ist doch im Leben, das ist die Autobahn hier. Hier haben sie mir ein Glas Wein gestellt. Ich soll ein bisschen auf edel machen, ne. Das, äh, klar sieht immer gut aus und hat sowas von Kultur, ne. Also ich trinke auf euer Wohl, hm, okay. Na, ja, scheiße. Das war so drei Jahre in der Schauspielschule, nicht mal trinken gelernt. Boah, hau bloß ab. Was wollte ich eigentlich? Grüße ausrichten. Jetzt, Moment mal. Im Prospekt stand doch drei Sterne Hotel. Ja, ist klar. Zwei davon scheinen durchs Fenster. Grüße ausrichten. Da gibt es doch hier aneinander oben eine Hitze von der Dommsau da oben, Mann. 30 Rad stand im Prospekt, verstehst du ja? Scheißdreck. Grüße ausrichten. Anjois. Auch natürlich liebe Grüße an den Chris. Grüße an euch alle von Kalle. Grüße an euch alle von Kalle.